Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um eine Frage. Eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, gerade von Fotografieanfängern, von Fotografieeinsteigern. Und zwar die Frage nach der aktuell besten Kamera. Also, welches ist 2024 deiner Meinung nach die beste Kamera, um mit dem Fotografieren zu beginnen? Und genau um diese Frage geht es in diesem Video. Wenn auch du sie dir gestellt hast, dann bleib dran, denn dieses Video wird dir tatsächlich weiterhelfen. Musik Welches ist denn jetzt die beste Einsteigerkamera 2024? Musik Dann muss ich dich an dieser Stelle leider enttäuschen. Vielmehr soll mein Video dir dazu dienen, für dich die Entscheidung persönlich zu treffen, welche Kamera für dich die beste Kamera 2024 sein könnte. Denn um die Frage zu klären, welches ist denn die beste Kamera, müssen wir natürlich einige Aspekte beleuchten. Denn im Grunde gibt es die perfekte Kamera gar nicht. Zumindest nicht verallgemeinert. Das heißt als allererstes, und das schreibe bzw. antworte ich auch auf viele, viele Anfragen, die ich zu diesem Thema bekomme. Als allererstes müssen wir uns erstmal die Frage stellen, und da scheiden sich ja schon die Geister. Ja, welche Marke soll es denn werden? Soll es vielleicht eine Fujifilm werden? Soll es eine Sony werden? Soll es eine Nikon werden? Soll es vielleicht auch lieber eine Canon werden? Und möchte ich tatsächlich im spiegellosen Bereich unterwegs sein? Oder doch vielleicht eher eine Spiegelreflexkamera haben? Grundlegend wollen wir als allererstes mal diese markenübergreifende Hysterie, die ja immer herrscht, mal ein bisschen aufklären. Beziehungsweise ich möchte euch mal meine Meinung dazu sagen. Im Grunde gibt es, egal von welchem Hersteller auch der genannten Hersteller, keine schlechten Kameras. Keine schlechten Kameras mehr. Der eine Hersteller setzt mehr auf bestimmte Bereiche, auf eine schnelle Serienbildauslösung. Der andere setzt vielleicht lieber auf eine hohe Auflösung, eine hohe Megapixelzahl. Der eine sagt, wir machen lieber einen kleinen Kamerabody. Der andere sagt, ja, bei uns muss das griffig sein, da soll der Fotograf was in der Hand haben. Bei dem einen Hersteller hast du ein Multifunktionsrad, über das du alle, beziehungsweise die meisten Kameraeinstellungen steuern kannst. Und andere wiederum setzen so ein bisschen auf den Retro-Look, auf die Haptik, dass ich tatsächlich mit vielen kleinen Drehrädchen hier meine Einstellungen vornehmen kann. Das heißt, grundlegend wirst du natürlich, wenn du Fotografen aller Marken fragst, ob es Nikon ist, ob es Sony ist, ob es Fuji ist, ob es Canon ist, den jeweiligen Fotografen fragst, dann wird der immer sagen, ja, meine Marke, das ist es, die Kamera und keine andere. Auch einige denken es ja von mir, weil ich ja tatsächlich in der Hauptsache mit Canon unterwegs bin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sage, Canon ist die Hauptmarke, die musst du haben. Ja, auch Sony macht tolle Kameras, auch Nikon macht tolle Kameras, ja, Fujifilm macht tolle Kameras und natürlich Sony macht doch auch tolle Kameras, ja. Da müssen wir uns schon erstmal drüber im Klaren sein. Also das müsst ihr erstmal ausblenden. Jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, zum Beispiel bei Canon neues spiegelloses System. Ja, aber Canon macht ja den Mount nicht auf. Das heißt, ich kann gar kein Objektiv von einem Dritthersteller nutzen. Und da steht für mich die Frage im Raum, wie viele Objektive brauchst du denn? Ja, also Canon selber hauseigen deckt ja alle Reihen ab, deckt alle Brennweiten ab, alle möglichen Variationen ab und alles gibt es einmal in, ja, in Hochqualitativ für den professionellen Fotografen und es gibt es alles mal für den Otto-Normalverbraucher. Natürlich ist es von Vorteil, wenn ich mir vielleicht bei Sony oder auch bei Nikon eine Linse von Wildrocks mit ranschrauben kann. Ja, das kann man machen, aber grundlegend sollte das für euch nicht kaufentscheidend sein. So, haben wir also erstmal erklärt, die Marke im Grunde, die könnt ihr vergessen, ja, weil alle Hersteller machen gute Fotos. Jetzt kommt natürlich die Frage, es gibt zwei Systeme, zwei unterschiedliche Systeme. Einmal die Spiegelreflexkamera, die auf einem mechanischen Spiegelklappsystem beruht und es gibt natürlich spiegellose Kameras. Da habt ihr diesen mechanischen Klappmechanismus nicht mehr. Ja, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, natürlich gibt es Spiegelreflexkameras, die schon ein bisschen älter sind, für sehr günstiges Geld heutzutage, ja. Also teilweise auch gebraucht für wenige hundert Euro kriegst du eine tolle Kamera. Allerdings muss dir auch bewusst sein, dass aus meiner Sicht die Spiegelreflexkamera tatsächlich so ähnlich wie ein lahmendes Pferd anzusehen ist. Ein sehr altes lahmendes Pferd. Und eine zu kaufen und darauf zu hoffen, dass sie die nächsten Rennen gewinnen wird, dürfte ein bisschen problematisch sein. Denn wir sehen ja die aktuelle Entwicklung der Hersteller und, ja, es ist leider so, dass die Hersteller in den spiegellosen Bereich investieren. Das sieht man auch an allen neuen Modellen, ja, da gibt es keine neuen, also keine übertrieben neuen Spiegelreflexkameras, weil die Hersteller jetzt sagen, nö, so ein mechanischer Mechanismus, der natürlich auch irgendwann den Geist aufgibt, das ist toll, das machen wir wieder. Ja, natürlich haben Spiegelreflexkameras so eine ganz eigene, nicht nur eine Haptik, sondern auch, ja, das Klappgeräusch vom Spiegel und, und, und. Viele mögen das und viele halten daher auch an ihren Kameras fest. Aber wenn du aktuell neu einsteigst, auch wenn vielleicht der Einstiegspreis ein bisschen höher ist, du aber perspektivisch sagst, Fotografie ist mein Ding, vielleicht hast du auch noch eine alte Kamera und überlegst eben auch, dann solltest du vielleicht überlegen, noch den einen oder anderen Tag mehr zu sparen und dann tatsächlich auf eine Kamera, in eine Kamera zu investieren, die dann tatsächlich auch vom System her eher zukunftsweisend ist, ja. Auch wenn der eine oder andere jetzt sagt, nein, eine Spiegelreflexkamera reicht ja für den Anfang. Natürlich, sie reicht. Aber dir wird schnell auffallen, dass dir vielleicht die ein oder andere Option fehlt. Und dann wirst du sehr schnell, wenn du ambitioniert unterwegs bist in der Fotografie, wirst du sehr schnell sagen, tja, die muss weg. Ja, jetzt soll es doch so eine andere sein, ja, eine spiegellose Kamera. Und dann hast du einmal schon Geld nicht so richtig gut investiert. Natürlich kannst du, und das schon mal allumfassend, kannst du mit jeder Kamera, ja, egal wie alt sie ist, auch analoge Kameras bin ich ja noch unterwegs, kannst du tolle Fotos machen. Denn das Foto unterm Strich, lassen wir mal alles außen vor, ja, die schnelle Serienbildgeschwindigkeit und die Megapixel, die hier nur so protzen in manchen Kameras, lassen wir das mal alles außen vor. Aber dann macht im Endeffekt nicht die Kamera das Foto, sondern du. Du stehst hinter der Kamera, du sorgst für die richtige Belichtung, die richtige Verschlusszeit, den richtigen Bildaufbau und vor allem für den richtigen Moment. Das heißt, das Foto hört man ja auch sehr oft, ne, wenn ich so eine tolle Kamera hätte, würde ich auch so tolle Fotos machen. Das glaube ich eher nicht. Sondern das Foto an sich macht immer derjenige, der hinter der Kamera steht. Und so ist das natürlich leider auch im Umkehrschluss mit den Fehlern, ja. Wenn ein Video bzw. ein Foto nicht gelungen ist, liegt es oftmals nicht unbedingt an der Kamera, sondern eigentlich im Umkehrschluss immer hinter der Kamera. Also, du musst dich entscheiden. Was möchtest du für ein System? Spiegellos, Spiegelreflex. Spiegellose Systeme haben den großen Vorteil, dass die Kamerabodies tatsächlich leichter werden und sie werden vor allem kleiner, sie werden handlicher. Der Kamerabody, der Aufbau, der ja dem Klappmechanismus natürlich geschuldet ist, der wird natürlich dünner, schmaler. Du kriegst eine kompaktere Kamera. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, bevor wir mal zu den ganzen technischen Specs kommen. Eine Kamera, egal von welchem Hersteller, muss dir, und auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen suspekt vorkommt, sie muss dir gefallen. Geh mal in einen Laden, in ein Fotofachgeschäft, vergleiche sonst vielleicht auch, wenn du keines in der Nähe hast, mal Bilder im Internet. Und dann schau dir einfach mal an, gefällt mir die Kamera. Das hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment blöd an, aber eine Kamera muss dir optisch gefallen, weil du wirst sehr viel damit unterwegs sein. Und wenn du nachher eine Kamera hast, wo du sagst, so die Optik, irgendwie, ne, also ich kaufe es ja auch kein hässliches Auto, sondern es muss dir gefallen. Das ist die Marke, ja, markenübergreifend. Es gibt heute auch keine wirklich schlechten Autos mehr. Alle fahren geradeaus und fahren um die Kurve und haben Licht und eine Hupe. Sondern tatsächlich, und das ist wirklich ein gut gemeinter Rat, sucht die Kamera auch so ein bisschen nach der Optik aus, ja, was gefällt euch. So, wenn ihr halt das ausgeschlossen habt, ihr wisst, ja, es soll entweder eine Spiegelreflexkamera werden, es soll eine entsprechende spiegellose Kamera werden, weil ich möchte vielleicht auf den neueren Zug aufspringen. Die Marke ist egal. Dann müsst ihr euch natürlich noch entscheiden, was für einen Sensor soll sie denn haben, ja? Micro Four Third, ziemlich kleiner Sensor. Soll es eine APS-C Kamera werden oder soll es eine Vollformat-Kamera werden? Und da sind wir schon an dem ersten Punkt, wo man sagen muss, Grundlegend kann man gar nicht mehr sagen, heute das Vollformat, ja, wo man früher immer gesagt hat, Vollformat, ja, Profikamera, die besten Fotos machst du mit einer Vollformat-Kamera. Auch das völliger Schwachsinn. Selbst Micro Four Third, kleiner Sensor, die haben heute wirklich gute, gute Leistungen im Bereich Bildabbildung. Sie haben sehr, sehr gute Leistungen im Bereich Rauschverhalten, obwohl natürlich der Sensor kleiner ist. Natürlich bietet ein großer Sensor den großen Vorteil. Und das ist die Frage, die du dir gleich stellen musst. Wenn du viel in schwierigen Lichtsituationen unterwegs bist, viel abends, du sagst, ich bin bei uns im Karnevalsfein, ja, ich muss jetzt hier immer bei schwierigen Lichtsituationen fotografieren, mein ISO, weil entsprechend die Verschlusszeit muss ziemlich schnell sein, mein ISO wird immer sehr hoch schießen, dann solltest du dir im Klaren drüber sein, dass natürlich ein kleinerer Sensor schneller rauscht als ein größerer Sensor. Ja, das ist eine Grundregel. Auch APS-C Sensoren gehen heute schon gut in den ISO. Also, wir sprechen jetzt hier nicht mehr von dem ISO 1600, sondern weit da drüber, wo immer noch gute Fotos gemacht werden. Aber das ist zum Beispiel ein kleiner Hinweis schon für dich. Ja, in welchem Bereich des Sensors soll es gehen? Also, die Frage, was will ich fotografieren? Und das ist eine entscheidende Frage für den Kauf einer Kamera, denn es macht einen Unterschied, ob ich tatsächlich nur in der Landschaftsfotografie unterwegs bin. Dann brauche ich nämlich keine 40 Bilder in der Sekunde. Wenn ich tatsächlich allerdings so mehr in den Sportbereich unterwegs sein möchte, dann ist es vielleicht wichtiger, wenn du 40 Bilder in der Sekunde hast. Bist du viel unterwegs, wenn es eher dunkel ist? Ja, bei Veranstaltungen, Events, du planst vielleicht Hochzeitsfotograf zu werden, Eventfotograf, was auch immer. Ist es vielleicht besser, wenn dein Rauschverhalten der Kamera tatsächlich besser ist. Das heißt, das Rauschverhalten, die Lichtempfindlichkeit ist besser, größerer Sensor, kriegst du bessere Bilder, ohne viel nachzuarbeiten. Oder du sagst natürlich, ja, ich möchte so irgendwie alles. Ja, so die Alles-Kamera. Die Alles-Kamera ist im Grunde auch jede. Ja, also jede Kamera ist im Grunde heute die Alles-Kamera. Wenn du dich spezialisieren willst, solltest du auf bestimmte Merkmale achten. Das heißt, die Grundfrage hier, was willst du fotografieren? Ja, was willst du fotografieren? Das ist die Grundfrage, um sich auf eine bestimmte Kamera dann zu spezialisieren. Ja, und wenn wir all das geklärt haben, dann ist natürlich noch das Budget entscheidend. Das heißt, wir wissen, wir haben uns rein optisch für eine Marke entschieden. Wir wissen, ob wir einen Micro Four Thirds-Sensor haben wollen, einen APS-10-Sensor, einen Vollformat-Sensor. All das ist klar. Wir brauchen eine Kamera, sagen wir mal jetzt, für ein Sport-Event. Das heißt, sie muss viele, viele Auslösungen haben. Ja, dann steht allerdings noch die Frage am Ende, ja, welches Modell soll es dann sein? Denn auch da gibt es ja Unterschiede. Also jeder Hersteller hat ja schon in jedem Bereich eine spezielle Kamera, die vielleicht jetzt hier auf deinen Punkt zutreffen könnte. Dann ist natürlich das Budget entscheidend. Und, ihr Lieben, ich kann euch eins sagen. eine teure Kamera macht, um nochmal auf den kleinen Hinweis zu kommen. Das Foto passiert immer hinter der Kamera. Eine teure Kamera macht keine besseren Fotos. Ich hatte mal jemanden im Workshop, der hat sich kurz vorgestellt in der Vorstellung, und hat gesagt, ich habe eine super teure Ausrüstung dafür, aber wenig Ahnung. Ja, und das ist dann eben das größte Problem. Das heißt, passt die Ausgabe an die Anschaffung eurer Kamera tatsächlich auch an das an, was ihr mit der Kamera machen wollt. Wenn ihr ein Hobbyfotograf seid, der sagt, ich möchte so eine Alles-Kamera haben, ja, wird wahrscheinlich für euch etwas im Micro 4 Third-Bereich, im APS-C-Bereich völlig ausreichend sein. Ja, ihr werdet überrascht sein, wie viele geniale Fotos, was für tolle Fotos ihr damit machen könnt. Ihr braucht keine 40 Bilder, ihr braucht vielleicht auch keinen Augen-Auto-Fokus, der von links nach rechts mit Vorauswahl, wo du jeweils hinguckst mit dem Auge. All das wirst du nicht brauchen und du wirst es auch nie vermissen. Ja, das heißt, du wirst dann dich eher im mittleren bis Einstiegssegment ansiedeln. Und du solltest definitiv dein Budget dafür nicht überschreiten, denn immer die Frage nach hinten raus, was brauche ich von den Features, was mir eine andere Kamera mehr bietet? Ja, das ist auch eine Frage, die mich viele zum Beispiel bei Canon gefragt haben. Auch ich hatte mir im APS-C-Bereich erst mal eine R10 gekauft, bin dann tatsächlich aber nochmal auf die R7 umgeschwenkt. Das heißt, ich habe meine R10, ja, keine Leihsteine oder sowas, habe sie in Zahlungen gegeben, habe sehr wenig Auslösung, habe mir dann die R7 geholt, um einfach einige Features, die mir dann vielleicht doch in meinem persönlichen Bereich bei der R10 gefehlt haben, damit zu kompensieren. Und zum Schluss noch ein wichtiger Aspekt, an den viele Fotoeinsteiger natürlich nicht denken und das ist der Crop-Faktor, der Bildausschnitt, den ich durch meinen Sensor, durch die Größe des Sensors erhalte. Das heißt, wenn ich einen vollformanten Sensor habe, dann habe ich auch entsprechend bei, sagen wir, 10 mm Brennweite einen entsprechenden Bildausschnitt. Der ist wichtig, um zum Beispiel in der Landschaftsfotografie auch tatsächlich diese 10 mm auf dem Bild zu haben. Das heißt, ich möchte viel in meiner Landschaft auf dem Foto haben. Du machst vielleicht Architekturfotografie, bist gerne in Städten unterwegs, dann könnte natürlich die Vollformatkamera für dich die erste Wahl sein. Wenn du eine APS-C-Kamera dagegen nimmst, hast du den Crop-Faktor. Das heißt, dein Bild, auch bei angegebenen 10 mm ist aber kleiner, weil entsprechend dein Crop-Faktor umzurechnen ist, 1,5, 1,6 bei Canon entsprechend. Das heißt, musst dir bewusst sein, du bekommst nur einen kleineren Bildausschnitt im Gegensatz zum Vollformat. Und da ist tatsächlich Recherche wichtig. Und zwar Recherche, wenn du sagst, ja, aber APS-C ist trotzdem so mein Ding, Landschaftsfotografie, weil die APS-C passt in mein Budget, Landschaftsfotografie möchte ich trotzdem, da musst du recherchieren. Was gibt es denn für Linsen? Gibt es tatsächlich in dem Bereich auch eine Linse, mit der du sagen kannst, ja, in der Kombination Linse und Kamera, das passt zusammen. Ja, also, ihr seht, es ist im Grunde gar nicht so einfach zu sagen, das ist die beste Kamera. Das kann dir auch kein YouTuber sagen. Und im Laden ein Verkäufer mit Sicherheit auch nicht. Denn, auch ich habe schon die tollsten Sachen erlebt, wo Teilnehmer auf den Workshop kamen und sagen, ja, aber der Verkäufer hat gesagt, das ist aber die beste Kamera. Kein Witz, habe ich alles schon gehört. Und für den Einsatzzweck, den sie eigentlich hatte, zum Beispiel als Reisekamera, war die Kamera ja eigentlich ungeeignet. Ja, das heißt, du musst dir einen Fragenkatalog aufstellen. Was willst du fotografieren? Wo soll die Reise bei dir hingehen? Welche Kamera ist in deinem Budget? Welche Kamera gefällt dir? Und im Worst Case schreib dir einfach ein paar Punkte auf, die dir einfallen, was wäre für dich wichtig? Viele Bilder, lieber mehr Megapixel, soll alles automatisch funktionieren, hast du lieber Spaß am Einstellen, an diesen kleinen, netten Einstellrädchen? Und dann ist das Ganze im Grunde wie ein Trichter. Ja, ganz oben stehen ganz viele Kameras und der Trichter nach unten verdünnt sich immer mehr und zwar immer mehr im Ausschlussverfahren. Was hat eine Kamera? Was hat sie nicht? Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Ja, und irgendwann solltet ihr dann entsprechend an einer Auswahl ankommen. Vielleicht sind es glücklicherweise nur zwei oder drei Kameras, die dann in die engere Wahl kommen und dann sollte tatsächlich letztendlich, wenn sie alle den gleichen Leistungsumfang, so ein bisschen die Optik entscheiden. Kann ich euch nur ans Herz geben, kauft euch keine Kamera, die ihr selber hässlich findet. Über Schönheit kann man sich streiten, das ist ganz klar so, aber es gibt auch aus meiner Sicht Kameras, die ich persönlich einfach nicht schön finde, weil das Design nicht gelungen ist. Und es gibt Kameras, wo ich einfach sage, ja, das ist eine Kamera, ja, die ist schön. Die muss nicht unbedingt die besten Leistung haben, ist aber schön. Also, Trichterverfahren anwenden, schreibt euch all diese Punkte auf, streicht das weg, was brauche ich, was brauche ich nicht, ein bisschen vergleichen, Preis am Ende noch mit ansetzen und dann solltet ihr auch die für euch beste Kamera 2024 finden. Tja, ihr Lieben, dass die Frage nicht zu beantworten ist, ja, das habe ich am Anfang gesagt. Ich kann euch nicht sagen, welches für euch beziehungsweise welches generell die beste Kamera ist. Ich glaube, diese Frage kann auch niemand beantworten, weil es gibt einfach keine die beste Kamera, sondern jede Kamera findet irgendwie auch seinen Fotografen. Angemessen zum entsprechenden Bedarf, zum Preis und zur Optik. Ja, ihr Lieben, schreibt es mir mal gerne unten in die Videokommentare. Seid ihr gerade am Suchen? Hat euch das Video damit etwas weitergeholfen? Habt ihr vielleicht genau nach diesen oder ähnlichen Kriterien eure neue Kamera ausgesucht? All das, ihr Lieben, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Und wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen mit spannenden neuen Themen, dann abonniert gerne, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt, meinen Kanal. Daumen hoch, nicht vergessen, in diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.